Die Reihe 1142 der ÖBB ist eine Elektro-Lokomotive, die durch Umrüstung der Reihe 1042.5 auf Wendezugbetrieb entstand. Im Zuge des Umbaus wurden Komponenten für den Wendezugbetrieb eingebaut, sowie auch einige optische Veränderungen am Lockkasten vorgenommen. Die Scheinwerfer wurden durch neue, kleinere ersetzt und die Verschiebergriffe neu positioniert. Außerdem wurde bei einigen Loks, je Führerstand, die rechte Einstiegstür entfernt und verblecht. Das österreichische Tochterunternehmen des rumänischen Transportunternehmens Grampet Cargo hat 51142 erworben und in Rumänien aufarbeiten lassen. Dort sind die Loks auch in hellblau neu lackiert worden. Sie wurden in Strasshof wieder in Betrieb gesetzt. Die Loks sind seit Mitte 2018 hauptsächlich im Osten Österreichs im Einsatz.